Weiter geht's mit einem Leader, der kein richtiges Deutsch kann. Hallo Borussen und weiter geht's mit einem, der aus der Dachrinne trinken kann. Weiter geht's mit dem, der bei uns aus der Mannschaft am längsten im Bad braucht. Weiter geht's mit dem schlechtesten Kabinen-DJ ever. Weiter geht's mit dem, der der unsympathischste der Mannschaft ist. Weiter geht's mit einem, der am meisten Weinschaule trinkt. Weiter geht's mit der besten Innenseite der Liga. Weiter geht's mit Deutschlands bestem TV-Experte.